Es ist 7 Uhr, Sie hören Nachrichten. Wer die Nachrichten schon kennt, wer Corona nicht mehr hören kann, der bleibt einfach hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2go. Ich befinde mich heute im oberen Repetal. Ich drehe eine kleine Morgenrunde. Das Wetter ist hervorragend und wer wissen will, wie es hier aussieht und wie es hier weitergeht, let's go! Höhenmeter gehören bei uns im Sauerland immer dazu. Es geht hoch und runter, aber dafür wird er mit prächtigen Aussichten belohnt. Ja, da kommt auch schon wieder mein Freund Thomas. Thomas ist echt unglaublich, der ist wirklich immer unterwegs, egal zu welcher Zeit. Sobald man draußen ist, läuft er hin über den Weg. Moit Thomas! Dieses Wegstück, das wird jetzt richtig interessant. Musik 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 Also wenn das jetzt kein geiler Weg war, dann weiß ich nicht was geiles. Musik So, nächster Halt, den wir anlaufen, ist das Dammwild hier oben. Mal gucken, ob wir eins aus der Nähe erwischen. Musik Da sind sie ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe mir mein Frühstück verdient. Das werde ich auch gleich in vollen Zügen genießen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich über einen Daumen nach oben genauso freuen und ein Abo sowieso. Bis dahin, macht es gut, euer Timo. Ciao.